Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Game of Life 2. Heute machen ein Rundl mit der Ole, mit dem Schürfbrett. Na, wie heißt denn das Ding? Skateboard. Ich bin die Morge und ich bin da links, ja. Und ich darf anfangen? Na. Doch. Oh ja, ich darf anfangen. Ich drehe als erstes ein Rad. Und wir müssen, werden festgestellt, jetzt aufnehmen, das wir studieren müssen. Ja, sonst haben wir halt keine Chance. Ey, wie klinge ich wie ein besoffener Bayer. Das ist echt gut. Ja. Oh, komm. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe in diesem Spiel, glaube ich, noch nicht einmal eine Eins gewürfelt. Oder? Kommt hin, oder? Übersprung. Was, ein Bulle? Jo, genau. Komm, gib mir mal ein 100.000 Euro. 100 hier, ein bisschen mehr Drop. Ah, Roboter Ingenauer. Was ist denn das hier eigentlich? Ich kann links aufs Fernglas klicken. Ach, da kannst du alles sehen. Siehst du das auch, wenn ich da drück? Oh, was ist das denn? Was war das denn für eine Zahl? Die habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Brettspielkampf. Ja, doch. Geld will ich haben. Ich kann doch gut hochwürfeln. Ja. Eine Eins wäre super. Hm, ich mache es dir schon ein bisschen viel. Ja, aber das wird schon hart für dich, du. Ich deinstalliere das Spiel, wenn du jetzt mehr machst. Alter, warum machen wir das immer spannend? Ich deinstalliere, ne? Jawohl. Ich deinstalliere, wenn du jetzt eine C machst. Ich dehydriere, wenn du jetzt eine C machst. Jawohl, danke, Ole. Alter, ich habe einfach kein Glück. Du lässt das einfach. Egal, 80.000, nehme ich mit. 80.000. Oh, nice. Ich komme nicht mal so weit. Der niceer Dicer Genius Plus. Ja, sei doch froh, kriegst du noch eine Karte. Ach, lacht doch am Arsch, man. Ich kann das einfach nicht. Eine wunderschöne Karte. Für die Alte. Rate. Ach so, ich muss ja auch. Die er zahlen muss. Ich fahre mit dem Bus, danke. Nein, 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 nein. Nehme mich an. Ich nehme an, denn ich bin ein Mann. Ein Mann jungen Alters. Der die eine oder andere Falte hat. Rallte. Ralle, Fährmann. Regen rückwärts heißt Fuß. Alter, das ist unfassbar. Ah, nice. Wenigstens keine Zähne. Zähne. Ole. Ich brauche Geld. Ich kann auch so gewinnen, das ist ja voll geil. Ich mach jetzt nur noch dieser. Jawohl, eine Zwei schaffst du. Ja. Jetzt wirklich. Jetzt wirklich. Halt doch die Fresse, du Arschloch. Charlie, das wäre so gut gewesen. Du hättest schon den ersten Shoal Chain. Die Karawane zieht weiter, der Schuld scheint sie durch. Oder so. Ert durch. Oh ja. Lohnt sich die Zehn. Du, 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 du. 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 Was gibbelt denn hier so? Na komm. Ich bin dann hier. Hehhhh. 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 Ich weiß nicht, dass ich wieder Schluck aufbekommen. Hehehehe. Moin. das ging ja früher auch nicht, dass man auf ein Feld fahren konnte früher ging das auch nicht. Cool war alles besser. Ach man! A5, jawolsky, bodolsky, heb me dat jell. Dann freu ich mich so sehr. Ja das freut mich so sehr. Ich freu mich noch mehr. Ich bin ein bisschen dumm. Es haut mich so herum. Man lebt so durch den Tag. Weil ich es so gern mag. Und ich frag. Hast du denn wieder gut eingepackt? Oder bist du schon wieder besoffen? Hast du dich denn zu oft mit deinen... ...mit deiner Ex-Frau getroffen? Jawoll. Ey Ole, lass mal wirklich das Amigu Duett machen. Hast du denn heute... Warte, wie machen wir es denn? Erstmal dumme Melodie und dann mit Gitarre so. Hast du denn schon so genug gesoffen? Ich habe mich mal wieder getroffen. Mit der und dessen mache ich gerade die Gitarren-Bewegung hier mit meiner Hand. Ja komm, hol dir mal, das ist die 30.000. Road. Die 7 bitte. Nice. Ah, zählt aber nicht. Ach. Jawollski. Ah, zählt aber nicht. Jo. Achso, bin ich nochmal. Ja, muss ja weiter. Ich verstehe das nicht. Das ist mir zu hoch. Schade. Ach komm schon. Nicht mal ein Kind. Ich wollte doch mal das Auto sehen. Oh, kein Ding. Jo, kein Ding. Wionig. Wionig! Chade. Ja, ein Ding. Jeder muss Pointminute double kommen. Chaoing causa fertig ist das. Intória. Gib mich mal das Herz. Jo, schwarz zum mitnehmen. Schade. Ah, nur 7. Aktion, Aktion Mensch. Das wir gewinnen. Das Bier gewinnt. Jawoll. Aktion Mensch. Das Bier gewinnt. Das tschechische Pivo gewinnt. Schon leer mittlerweile die Döse. Das Döschen. Die Möse. Äh, die Döse. Äh, die Döse. Äh, die Röse. Die Röse. Alter, ich hab Fragen in meinem Kopf. Du hast Frank in deinem Kopf. Fragen. Frank. Die kann ich aber jetzt hier nicht stellen. Investitionen. Ich hab halt Geld, ne? Jo. Ist korrekt. Deswegen nehmen wir... Die Familie bringt halt nichts. Ja, fick doch die Knaben. Nice. Das ist nicht schlecht. Aber auch nicht gut. So teilt das mir Loot. Ja, dann nehmen wir doch mal hier... Wir machen doch mal Geld, oder? Ich brauch da nochmal ein bisschen was. Ja! Das ist meins. Wie kann man nur so hoch werfen? Ja, das mach ich dauernd. Ich mach doch nichts kleineres. Schade. Danke. Freu mich. Er ist unfassbar. Unfassbar, oder? Ja. Du hast irgendwie gerade wie polnisch Stefan wieder abgeklingt. Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar, oder? Warum sprechen Polen so? Das ist eine gute Frage, ne? Unfassbar, oder? Fassbar. Warum sagen die so, ey, ist Fassbar? Fassbar. Unfassbar. Aber das klingt irgendwie sympathisch. Unfassbar. Mein Name Robert Lewandowski. Du hast gleich was zu texten, oder? Oh, Alter. 450.000 plus? Was für ein Palast du dir da gegönnt hast. Ja. Tipp mal Robert Lewandowski ein. Hier mit Unfassbar. Unfassbar, oder? Alter, jetzt krieg ich diesen Stefan Rapp nicht mehr weg. Ich bin dran. Ich mach nochmal eine Eins, okay? Ja. Ach, Schicksal, schmecksal, sag ich immer. Ach, fick doch die zwölfte Zwiebel des Atompilzes. Ich glaub dort nicht. Ach komm. Guck mal. Guck mal doch mal. Hm. Das bringt weniger als vorher. Ey, wie hab ich damit mich jetzt selber verarscht? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Das kam nicht an. Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Da musst du noch dran arbeiten. Ne, der ist so blöd im U zu erkennen. Ja, wo lang soll ich mal gehen hier? Der ist so blöd im U zu erkennen. Mach mal mit J. Mach mal mit J oder so. U, J, vielleicht geht das. LOL, 200 Hacken. Was ist denn bei dir falsch? Alter, jetzt mal im Ernst. Damit hast du Instant gewonnen. Wetten, das Spiel geht auch danach, wie viel Geld man besitzt und wie reich man generell ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die den Ärmeren immer reich haben. Mach mal mit den Reichen den Ärmer, weißt du? Wie war Mario Pachti? Pachton. Mario Pachton. Neu. Was machen sie? Nimm sie. Mach mal mit U, J jetzt. Unfassbar gleich. Winfassbar. Astronom. Vielleicht geht das besser mit dieser. Google. Eins. Fläben. Fläben. Eins. Das ist super. Jaaa. Unfassbar oder. Leut, hat er gerade wirklich gefasst? Mach nochmal. Unfassbar. Unfassbar oder. Ist aber besser. Ist aber besser. Oh, was? So arm bist du? Ne, der bringt mehr Geld. Ein Wohnheim, echt? Unfassbar. Ja, warum nicht? Kann ich vermieten, du? Vermiet ich für der Dreifache, du? Ich bin ja nicht dumm. Ja, Ole, mach mal. Jo. Ich bleib noch ein bisschen hin, wenn du nichts dagegen hast. Links. Riskant, Ole. Eine Stimme in deinem Kopf sagt dir riskant. Ich geh immer riskant. Gefährlich. Und die Eins. Jawoll. Nimm mal alles mit. Jedes einzelne Feld. Jawoll, Ole. Oh, kein Ding. Ich hab ja auch wenig Miete. Jawoll, Ole. Hundertfünfzigtausend. Ja. Ja gut, aber dafür kriegst du halt auch 200 Tacken, wa? Unfassbar oder? Ich hab so verloren diese Runde. Ne zwei. Ja. Ja. Das ist frech. Ja, ist es. Das ist wirklich frech. Das ist nicht so geil, wie ich dachte. Das bringt 400.000. Alter, sieht das geil aus. Ich hab einfach Wolkenratzer geholt. Wie im GTA. Apartment 20. Aha. Apartment. Was ist? Ich bin der Ole. Ja, ich nehm jedes einzelne Feld mit. Und nochmal Miete. Äh, ich steuern. Ich bin kein Monopoli. Mönöpöli, Mann. Mönöpööli. Du bist voll weit vorne. Hätt ich auch genommen. So, und jetzt, wenn du das erste Umschlag aufmachst. Und du dich dafür entscheiden... Ja, würde ich jetzt nicht machen, aber... Hä? Wieso entscheidest du dich dafür? Hä? Ja, wow. Aber bei den anderen hättest du 900.000 bekommen. Nee. Ich hab kein Glück. Aber du hättest nicht weniger bekommen können, Ole. Weniger als 500.000 geht ja praktisch nicht. Doch. Das war schon gut. Was? Was? Ich geh damit aus. Ich geh mal vom schlechtesten aus. Ach Moch, Bruder, ey. Jawohl, nochmal. Kann ich nochmal? Ach nee. Schade. Unfassbar, oder? Jawohl, diesmal bilde ich aber voll rein. Unfassbar, oder? Ach kacke. Du hast ja schon einen guten Job. Aber dafür hab ich weniger Steuern. Steuern. Steuern sind teuer. Steuern sind teuer. Steuern mit drei. Oh, unfassbar. Das hab ich mal im Kopf kaputt. Ach krön. Ach nö. Oh, Le Kreuzfahrt. Ah. Okay. Ja, das andere ist zwar gut, aber... Bringt mir nicht viel. Le Kreuzfahrt bringt mir mehr. Und eine Krön. Eine Krön. Le Krön. Le Macron. Oh. Yo, nice. Ratatouille rückwärts geschrieben. Heißt... Einfach leckerlich. Einfach leckerlich. Du am Steuern sein, ey. Betrunken am Steuern sein. Was? Immerhin jetzt erst am Ziel. Trink dir aber nichts. Ah, hättest du erst mal nicht gesagt. Ich hol noch auf. Ja. Mach mal. Jawohl. Noch ein Haus, du. Alter, ich bin ja Makler hoch 12, du. Immer noch eins da. Ja. Boah. Boah, die Insel. Nice. 250, 280. Die ist wirklich nice. Die ist... Das ist aber auch nice, die Insel. Das sind beides Inseln. Ich hab die Stadt schon leer gekauft. Gibt's nur noch Inseln. Das wäre boah, boah. Boah, boah. Boah, boah. Boah, boah. Boah, boah, boah. Tonto, 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 tonto. Eres tonto, boah, boah. Boah, boah. Ho, ho, ho. Si. Sehr gut. Sehr schön. Aber nein. Warum? Me gustaría... ...a... ...a... ...verro. Ich bin in Zill, Zill, Zillertal, Zillertal, würde jetzt so gut passen, wenn ich rot bekommen würde, ups, jo, klar Komm, schade, neins, neins sehe ich dich, ne5, pff, schade, oh Gott sicher sonst nix, ja, ne 5, ne 3, ne 2, achso, ne 3 bitte, ne 5 bitte, jawohl, puchzke, das ist eine ideale 5, man kann ja nur eine 3 machen, oder hier steuern, bei deinem Glück bekommst du eh wieder 100.000, du bist, alter, der war aber richtig aufgeladen, ne ich krieg nochmal irgendwas, bist du besteuert oder was, verstehen sie, die besteuern, das ist meins, ole, das kannst du mir nicht mehr nehmen, eins kann mir keiner, 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 eins kann mir keiner nehmen, und das ist das Lernen und Studieren, warum gehst du nicht auf Herzen, du Honk, ich habe auch nur 3 Herzen, ne, da stand da unter, du Vogel, ne, bei mir nicht, ey, Naturli, das steht da immer unter, ja, logisch, oben links unter deinem Namen steht das, ach schade, keine 3, das ist belastend, Aktion, jetzt nochmal ne 4 gleich, ne 1 und ne 3 oder direkt ne 4, Verkauf doch ein Haus, Maja, Darf ich, ach, darf ich mir so, Oh, okay, Das ist am besten, das bringt am meisten, Leute, ja, so macht man das, hätte ich gar nicht brauchen, Alter, Junge, das ist doch, ihr scriptet alles, Ja, ist es ja auch, stand doch auch ein Script drin, Hä, wunderst du dich jetzt? Ne, ja, ne, Oder willst du das jetzt auflösen, für die Zuschauer? Ja, Achso, ja, aber gut, das sieht man ja eigentlich, das ist ja eigentlich klar, Na, Niete, Kannst auch gar nix, Ole, du, Bist auch ne richtige Niete, Unfassbar, Wie Niete, 1, ne 1, ne 1, ne 1, ne 1 oder 4, 1 oder 4, 1 oder 4, Heinz oder K1, du, Äh, schiel, schiel, Oh, ich glaub ich schiel, Na gut, so, so oder so gewonnen, also scheiß ich, ja, okay, das ist safe, ich glaub ich hab 5000 oder so, Ah, schwach, Kannst ja mitnehmen, Kannst ja mitnehmen, Das ist schwach, Komm, da will ich nochmal was sehen, Ah, das war richtig schwach, da hab ich sogar Minus gemacht, ne, aber fast, Okay, das, Ole, hat sich nochmal ein bisschen was nach vorne gebraucht, aber nicht genug, Du kommst irgendwie so schwarz, Ja, klar, Ah, Unpassbar, Was ist denn los mit dem Spiel, Niete, Ich hab ja eh gewonnen, Also ich hab ja eh alles, ich hab ja alles, 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 Ja, ja, Ich hab über 3000 Punkte, fast 4000 vielleicht, wenn ich die Häuser gut verkauft hätte, hätte ich wahrscheinlich über 4000, Du hast wahrscheinlich nicht mal 1000, doch 1000 hast du, aber nicht mal 2000, Hat ich noch nie, Echt nicht? Dafür gibt's noch ein Archiv im Moment, Oha, Jo, knapp, Für jeden Fall, 400.000 nochmal, Und nochmal, Und nochmal, Und nochmal, Ne, Da ist mal ne Möwe, Ja, Das war aber jetzt wirklich knapp, Ja, Das war wirklich ne knappe Runde dieses Mal, Jo, Also, Oh, du musst nur üben, Ja, Wirklich, Gut, meine Damen und Herren, Das war meine Fäuse, Tschüss, Ei, 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 ei,